Hey und willkommen zu einer kleinen Runde Virtual Reality, heute mit dem Spiel Boneworks VR. Bewerte den Part und wie immer viel Spaß! Hui! Ich lebe wieder! Ja! Ist da was Geiles drin? Komm schon! Oh, ist das hier ein angenehmer Geruch! Lecker schmecker! Hallo! Oh, komm schon! Okay, hat es sich gelohnt im Dreck rumzuwühlen? Dann gehe ich hier mal raus, ne? Oh, wie ging das denn nochmal? Ich habe das, ich glaube, am Releasetag aufgenommen oder ein paar Tage danach und dann auch ewig nicht hochgeladen. Oh, Hilfe! Ah, so geht das. Und mein letztes Mal spielen ist ungefähr ein Monat her und ich habe natürlich auch eure Kommentare gesehen und ich werde mich bessern. Ich werde nämlich jetzt nicht mehr so gemein zu den Lebewesen dieser Welt sein. Komm mal mit. Hallo, wie geht's euch? Oh, das kenne ich alle schon. Ich war hier schon mal. Jetzt! Ich glaube, das wird nichts. Ich lasse euch hier. Bis später. Tschüss! Dann nehme ich das mal und schaue mal, ob da was drin ist. Warum ist das denn... Ich merke richtig, wie das meinen Arm runterzieht, als wäre ich voll der Lappen. Das wiegt doch nichts. Kann man damit wen angreifen? Ist mein Freund wieder da? Hallo? Hier. Oh Gott, da war ich doch schon mal drin, ne? Das kenne ich doch. Da ist er. Ja! Kann ich ihn damit wecken? Ich mache das mal... Ah, ich glaube, das geht nicht so gut. Hochheben wollte ich mich eigentlich auch nicht. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich habe mich geändert. Oh Gott. Kein Stress. Ich möchte dir eigentlich nur was anbieten. Und zwar hier. Diese schöne Dose. Geht das? Ey, halt die fest, ne? Ich würde den nicht fallen lassen. Ey. Du bist so ein... Ich wollte dir doch nur was schenken. Warte. Ich nehme ihn. Oh nein, er macht Schaden. Er macht Schaden. Ich muss mich wehren. Ich bin gleich down. Er lebt einfach immer noch. Ich bin tot. Ich nehme dich noch mit. Er ist... Down. Oh. Ja, schade. Und wieder hier. Guten Tag. Glaubt ihr, der mag die Flasche? Vielleicht ist das einfach kein Dosen-Fan. Ja. Nein, nein, behalt das. Das ist für dich? Das ist für dich. Kann ich das da drauflegen? Jetzt nimm's doch mal. Nein. Oh Gott. Ich... Was mache ich mit dem? Nein. Nimm doch. Oh Gott, was... Warum bist du in mir? Er ist... Er ist unbesiegbar. Er ist... Er ist unbesiegbar? Bin ich... Ich bin tot. Ich werde wieder zum Alten. Ich wollte nett sein, aber das wollen die scheinbar nicht. Ach ja, ich hatte im ersten Part eine Sache ganz vergessen zu erwähnen. Und zwar gibt es hier noch eine bestimmte Fähigkeit. Ich kann nämlich eine Taste drücken und dadurch die Zeit verlangsamen. Ich glaube... Ja, doch. Ich bewege mich auch ein bisschen langsamer. Hier. Sieht man vielleicht. Pui. Pui. Jetzt mache ich es weg. Und... Ja. Sollte mal merken. Einmal hier langsam durch. Und jetzt ganz kontrolliert. Kurz mal richtig in die Hand nehmen. Zeitlupe. Ja. Doof, oder? Beim letzten Mal ist er aufgestanden. Aber gut, da habe ich vielleicht auch nicht zweimal ganz fett auf den Kopf gehauen. Bist du echt... Am schlafen? Ja. Ja, doch. Okay. Dann bis später... Oh. Bis später. Dann mich jetzt in den Hammer. Och, lecker. So. Ja. Und das auch noch. Und das auch noch. Ja, lecker. Ja, lecker. Und... Guten Tag, Welt. Da könnte was drin sein. Das ist aber leider auch nur eine Tasse drin. Und da ist gar nichts. Wie immer. Moment. Ich kann auch den Ball nehmen. Einmal mit links greifen, auch wenn ich Rechtshänder bin. Und... Ah. War ja mit links. Ne, das zählt nicht. Oh, oh. Oh mein Gott, wie knapp war das denn? Aber kann ich jetzt nicht eine Art Sprungattacke machen? Wow. Ja, fast. Hallo? Geht sie... Der lebt doch noch. Guck mal, steht auf. Aber nicht mit mir. Komm. Nochmal. Schön dagegen. Und... Das reicht nicht mal. Aber wie cool die Zeitlupe ist. Gehe ich wieder weiter. Hol mir ein bisschen Munition. Und da hinten bin ich gestorben im ersten Part. Hier war auch ein Typ. Da gucke ich mich nochmal kurz um. Denn das Beste wäre... Ja, ist das besser? Ja, eigentlich schon, ne? Das ging, glaube ich, nicht. Doch. Aha. Ich glaube, das Beste wäre, wenn ich wirklich mal eine Waffe hätte, die auch aus der Range funktioniert. Einmal bitte stillhalten. Nein. Abstand. Abstand. Ey, du hast schon eine auf den Kopf bekommen. Und noch eine. So. Hä? Lebt sie noch? Ne. Okay, war es nur im Weg. Ah. Ein Schlüssel. Den hatte ich auch schon beim letzten Mal. Als ob da nichts drin ist. Oh, was... Was ist das denn? Hä? Ein Helm? Ich will den anziehen. Das ist traurig. Aber dann muss ich offenbar wirklich da lang. Ein Ball wird mir auch nicht helfen. So dumm ist die Schussanlage dann auch nicht. Aber ich kann es ja probieren. Vielleicht schießt ihr einfach die ganze Zeit den Ball ab. Weil die denkt, hey, da ist was, was sich bewegt. Das will ich nicht. Machst du irgendwas? Ja, macht Sinn. Okay. Schade. Ich kann mich halt dran vorbeischleichen. Falls es überhaupt der richtige Weg ist. Da ist sie doch direkt. Naja, okay, okay. Kann man das wegschieben? Oder herziehen? Oder... Ah ja. Äh. Hallo, ich hätte... Danke. Ich kann halt Zeitlupe aktivieren. Aber eigentlich nicht, währenddessen ich mich bewege. Das ist beides auf derselben Hand. Okay. Renn, renn, renn. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin down. Wie zur Hölle geht das? Ja, okay, okay. Jetzt habe ich es nochmal zu 100% gesehen. Er dreht sich wirklich instant um. Okay. Hallo. Ich bin's. Ja, toll. Dahinter kann mich auch nicht verstecken. Da, guckt euch den an. Der ist doch absolut krank. Geh mal hier rüber. Und dann... Als ob. Als ob ich hier hängen kann. Hilfe. Ich ergebe mich. Ich... Ich ergebe mich. Bitte. Kann ich dich grabben? Und mitnehmen? Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott. Das war nicht so... Das kann man einfach nicht grabben. Nein, 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 nein. Dreh dich nicht, dreh dich nicht. Ich kipp gleich das gesamte Ding um. Ich nehme es einfach mit. Schiss. Du Trattel. Ich lebe. Bin ich tot? Nee, ich lebe. Ich habe das gesamte Ding kaputt gemacht, aber... Warte mal. Oh mein Gott, als ob. Oh mein Gott, als ob. Das ist doch niemals so gewollt. Das probiere ich gleich. Ich habe einfach ein Schild. Er kann halt immer noch andere Körperpartien treffen. Aber ich hoffe mal, dass der eher auf die obere Region zielt. Einmal umkicken, bitte. Hat geklappt. Und jetzt hier langzappeln. Genau, er schießt aber die ganze Zeit wie der Letzte. Nein, 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 nein. Ich lebe. Als ob. Schießt er auch nach hinten wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Offenbar bin ich hier safe. Kann ich dich jetzt deaktivieren oder so? Boah, ich habe so Angst vor dir, ne? Oh nein. Ich habe ihn gedreht. Hilfe, Hilfe. Was ist das? Bist du down? Er ist deaktiviert. Ja. Ich habe echt ein bisschen Angst, dass der gleich wieder anfängt. Da. Hä? Hä? Ich habe ihn wieder aktiviert. Ich bin so ein Affe. Hä? Oh Gott. Das heißt aber auch, dass ich eine Waffe habe. Was habe ich jetzt getan? Ach, ich habe den Knopf gedrückt. Ja. Oh mein Gott, ist das krank. Kannst du bitte auf... Ich... Es kippt an meiner Hand fest. Oh, oh. Wow. Pff. Und jetzt kann ich hier immer... Drauf drücken. Da. Ich habe eine Waffe. Uh. Ist das dumm. Ey, das... Also, es ist so geil, wie ich das jetzt gelöst habe. Das ist nie... Das muss halt zehnmal einfacher sein. Normalerweise. Hallo. Oh, was ist das denn? Ist da Munition drin? Da ist Munition drin. Danke. Und sonst? Da ist die Cafeteria. Da ist gar nichts. Ich wünsche, ich könnte das irgendwie mit dem... Mit der Zunge oder so drücken. Also, wenn ich jetzt in echt hier würde ich das tun. Aha. Ich brauche einen Schlüssel. Und den habe ich. Ist da noch was? Oh, ja. Interessante Tür. Danke. Jetzt kann ich mich entscheiden. Cafeteria oder... Filter Control Room. Oh, da ist sogar so eine Art Keycard. Und ein Typ. Inventory. Genau. Da einmal rein. Ach so, ich kann auch gar nicht rein. Dafür ist der Goldene und der Blaue ist ja noch da drin. Also muss ich da lang. Komm. Neh mal den Griff. Danke. Dann versuche ich einfach damit zu schießen. Das könnte nach hinten losgehen, aber ist ja egal. Hauptsache es macht Spaß. Also. Da ist ja einer drin, ne? Kannst du mal chillen? Und nicht direkt Panik bekommen? Ich bin nicht autorisiert, aber ich möchte nur mal Hallo sagen. Er bewegt sich gerade schon leicht. Da ist noch eine Selbstschussanlage. Nice. Ich setze mich mal eben hier hin, ne? Ich möchte ja nur sitzen. Ich such keinen Stress. Ich setze mich jetzt in echt hin. Ziele mal. Oh Gott. Warum ist denn da... Mann. Wie soll ich ihn so ziehen? Das ist doch viel zu anstrengend. Wie mache ich das denn? Oh Gott. Was habe ich denn... Was habe ich getan? Alter. Oh ja. Das war's? Steht doch... Er steht wirklich wieder auf. Okay. Reicht das? Reicht, ne? Sehr schön. Hat doch geklappt. Gut. Dann stehe ich mal wieder auf. Oh, das war doch... Das war wirklich herrlich. Wie das geklappt hat, war schön. Hier werde ich erstmal nicht belästigt. Ach, da sind sogar zwei drin. Oh. Weapon Locker. Ist da in dem Schrank eine Waffe drin? Ach so, da komme ich dann über den anderen Raum rein. Ah. Das heißt aber für mich auch, dass ich eigentlich gar nichts hier machen möchte erstmal. Ich will erstmal das nehmen. Ich probiere es mal. Ich habe meine Waffe nicht mitgenommen. Ne, ich glaube, das ist falsch. Nur mal gucken. Ja, nur mal gucken. Ich bin... Friedlich. Okay. Ja, okay, okay. Das... Äh, da gehe ich erstmal weg. Die können zwar wahrscheinlich nicht da lang, aber früher oder später würden die ja wahrscheinlich ankommen. Und mich dann wegklatschen. Deswegen gucke ich mich jetzt hier erstmal um. Ja, nett. Okay. Die erste richtige Waffe. Und was macht das? Hm. Einfach Strom an und aus, oder was? Und vor allem das und das. Hä? Was... Was tue ich denn hier? Gibt es irgendwie ein Rätsel? Hä, aber wo... Moment mal. Nein. Ich habe meine... Meine Selbstschlussanlage verloren. Die war doch hier. Nein. Och Mann. Wir waren doch so gute Freunde. Ja, gut. Da lege ich los. Ah, lol. Ja gut, jetzt machen die einfach gar nichts mehr. Ich weiß doch nicht, ob das so gut ist. Das muss doch irgendeinen Sinn haben. Das macht da hinten was auf. Okay. Und das hier? Ah! Halt's auf der Arme! Das wollte ich doch gar nicht. Das war ein Versehen. Wieder zurück, bitte. Zumindest ein bisschen, damit ich da durch kann. Genau. Und die Computer hier. Eine Maus, die nicht mehr angesteckt ist. Ein schäbiger alter PC. Und im Müll ist auch nichts, ne? Hä? Nein. Nein. Nein, das Spiel. Das ist nicht passiert. Das Bild ist bei mir komplett abgestürzt. Das kannst du mir doch nicht antun. Bitte, Spiel. Oh mein Gott. Ich bin wieder hier. Wie zur Hölle ist das passiert? Da bin ich wieder. Hallo. Bin noch ein bisschen schneller unterwegs. Oh, was ist das denn? Hi. Das war's dann auch schon. Dann gehen wir direkt mal weiter. Nimm den Hammer mit. Wieder ernsthaft das Spiel abgeschmiert ist. Nur weil ich einmal irgendwie komisch in der Wand hing. Hallo. Ui. Oh Mann. Ist das auch komisch. Durch die Zeitlupe werde ich natürlich auch langsamer. Hier. Mit Zeitlupe. Und ohne. Okay. Dann bewertet den Part. Schaut noch in die Videobeschreibung. Da sind ganz viele tolle Sachen verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Hehe.